Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute unterwegs auf der Traumschleife Almglück. Diese Tour hat etwa sieben niedliche Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Wanderung so ist, dann kommt mit. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Noch etwa 600 Meter, dann sind wir auch schon wieder im Auto. Die Tour hat uns gut gefallen, vor allem wegen dem kleinen Wildenbach. Das war richtig idyllisch. So wollten wir das, Wanderer. Wenn euch diese Wanderung auch gefallen hat, beziehungsweise das Video, würden wir uns über Kommentare sowie über einen Daumen hoch sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Habt noch einen schönen Tag. Und bis nächste Woche. Tschö. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.